Welcher der vier Hogwarts-Gründer war eigentlich der mächtigste? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die Gründer der Hogwarts-Schulefexerei und Zauberei. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Genauer gesagt werden wir die Gründer im Zusammenhang mit ihrer Kraft und Macht betrachten. In der Vergangenheit habe ich die mächtigsten Slytherins, Gryffindors, Hufflepuffs, Ravenclaws, Mitbieder des Orden des Phönix, Mitbieder von Dumbledores Armee, Auroren, Todesser, Weasleys und viel, viel mehr besprochen. Ich dachte es sei nur natürlich, dass wir als nächstes die Gründungsmitglieder der einzelnen Hogwarts-Häuser betrachten. Bevor wir loslegen möchte ich nur eines sagen. Alle vier Gründer von Hogwarts waren ungeheuer mächtig und ich meine wirklich mächtiger als die meisten Zauberer heutzutage. Aber warum sie so mächtig waren ist ungewiss und ich frage mich, ob die Macht der Hexen und Zauberer im Laufe der Zeit einfach so etwas nachgelassen hat. Wenn nicht, was machte sie so besonders? Warum waren sie so geschickt in ihrem Handwerk? In meinen Augen würde ich davon ausgehen, dass die magischen Wesen der Zaubererwelt nur als Ganzes mit der Zeit immer mächtiger werden und neue Zaubersprüche und Tricks von ihren Vorfahren lernen. Es scheint jedoch genau das Gegenteil der Fall zu sein, denn die mächtigsten Hexen und die mächtigsten Zauberer, die jemals existiert haben, lebten auch in der Zeit, in der die Gründer von Hogwarts lebten. Der mächtigste Zauberer war Merlin, ein Zauberer, der weit und breit bekannt ist. Jahrhunderte nach seinem Tod wurde Merlin in Form einer Froschkarte aus Schokolade unsterblich verewigt, gepriesen für sein fundiertes Wissen über magische Fähigkeiten. Auf der anderen Seite haben wir Morgana, Merlins Erzfeindin, eine mächtige Hexe und vollendete Animagi, die ebenfalls auf ihrer eigenen Schokoladenfroschkarte verewigt wurde. Im 10. Jahrhundert schlossen sich die Gründer von Hogwarts, also die ursprünglichen Mitglieder der Häuser zusammen und erkannten, dass sie die gleiche Sehnsucht hatten, und zwar die beste Zauberschule der Welt zu gründen. Sie waren sich einig, dass die zaubernde Welt eine hochwertige, starke Zauberschule benötigte, was zur Gründung von Hogwarts führte. Die Schule wurde irgendwo im schottischen Hochland verborgen errichtet. Jeder der Gründer trug auf seine eigene Art und Weise zur Entstehung von Hogwarts bei. Aber was ich in diesem Video untersuchen möchte ist, wer war der mächtigste Gründer? Es wäre schön und amüsant anzunehmen, dass sie alle gleich waren, aber das ist leider nicht realistisch. Diese Liste ist ganz subjektiv von mir, also kommentiert eure eigene Rangliste unten, dann spielt das Video ab und schaut, ob eure mit meiner übereinstimmt. Nummer 4. Helga Hufflepuff Wir haben nicht wirklich viele Informationen über Helga, aber wir wissen, dass die Gründer von Hogwarts alle vier ungemein mächtig waren. Helga Hufflepuff stammte aus den Tälern von Wales, war eine maulige Frau mit braunem Haar und blauen Augen. Höchstwahrscheinlich war sie eine reinbütige Hexe und hatte eine etwas andere Herangehensweise an das Unterrichten von Schülern im Vergleich zu den anderen Gründern. Während die anderen Gründer Eigenschaften wie Ehrgeiz, Tapferkeit und Intelligenz schätzten, war Helga bereit, jeden Schüler aufzunehmen. Ich unterrichte alle und behandle alle gleich. Sie hatte nicht die gleiche elitäre Mentalität wie einige der anderen Gründerinnen und Gründer und wollte einfach nur, dass die Schüler gebildet sind, unabhängig davon, wo sie eingeordnet werden. Was die Gründer betrifft, so scheint es über Helga Hufflepuff die wenigsten Informationen zu geben, aber eine Sache, die immer wieder betont wird, ist ihre freundliche, faire Art. Versteht mich nicht falsch, sie war begabt, ja, sogar sehr begabt in der Herstellung von Zaubersprüchen, vor allem im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Sie half bei der Verzauberung des sprechenden Hutes und trug mit ihrer Zauberkunst dazu bei, dass die Schüler von Hogwarts ernährt wurden. Obwohl ich sicher bin, dass sie noch viele weitere Talente hatte, wissen wir auch, dass Hufflepuff in der Lage war, ein Patronus zu wirken. Da Hufflepuff die unbeschwerteste war, war sie definitiv diejenige, die am wenigsten damit beschäftigt war, sich zu duellieren oder besonders mächtig zu sein und aus diesem Grund steht sie auf Platz 4 in dieser Liste. Nummer 3. Rowena Ravenclaw Auf Platz 3 der Liste steht Rowena Ravenclaw, die ursprüngliche Ravenclaw. Rowena wurde irgendwann im 10. Jahrhundert in Schottland geboren und war eine enge Freundin von der Gründerin Helga Hufflepuff, die aus Wales stammte. Es gibt viele Spekulationen, dass sowohl der Standort als auch der Name von Hogwarts von Rowena gewählt wurden. Sie träumte davon, dass ein Warzenschwein sie zu einer Klippe am See führte. Von ihr stammt auch der sich ständig ändernde Grundriss. Rowena Ravenclaw galt als die genialste Hexe ihrer Zeit und es wird behauptet, dass sie mächtiger war als Helga Hufflepuff. Anders als Helga war Rowena versiert in einer Vielzahl von magischen Fähigkeiten. Obwohl sie nicht besonders geschickt in der Anwendung von Zaubern im Zusammenhang mit Lebensmitteln war, beherrschte sie andere Bereiche der Magie. Rowena verzauberte sogar ihr eigenes Diadem. Eine fortschrittliche Magie, die bewirkte, dass das Diadem die Weisheit des Trägers verstärkte. Wie Helga Hufflepuff konnte auch Rowena Ravenclaw ein Patronus heraufbeschwören und es wurde behauptet, dass sie sogar in der Wahrsagerei bewandert war. Einer Fähigkeit, die nur wenigen Hexen und Zauberern vorbehalten war. Ravenclaw war ein Spektakel. Sie war ein absolutes Genie und hatte eine fleißige Natur. Sie war ein Musterbeispiel für die Schüler des Ravenclaw-Hauses. Doch trotz all dieser Eigenschaften ihres Wissens bezweifle ich, dass sie die kraftvollste oder mächtigste der Gründerin war. Denn wie Helga war sie nicht besonders darauf bedacht, Macht zu erlangen oder die beste Duellantin zu sein. Eine Sache, die Ravenclaw jedoch mit Sicherheit behaupten kann, ist, dass sie zu ihren Lebzeiten wahrscheinlich das kältesreichste magische Wesen der Welt war. Nummer 2 Godric Gryffindor Hier wird es knifflig, denn Gryffindor und Slytherin waren beide erstaunlich mächtig, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Godric war ein großer, muskulöser Mann mit einer löwenartigen Haarmine, die dem Wappen von Gryffindor, das ein Löwen zeigt, ziemlich ähnelte. Gryffindor war als Zauberer ungewöhnlich, da er sich oft mit einem Schwert und nicht mit einem Zauberstab duellierte, um seinen Gegnern eine faire Chance zu geben. Er war ein äußerst beeindruckender Schwertkämpfer. Rowling hat es selber gesagt. Gryffindor war der versierteste Duellant seiner Zeit. Hier möchte ich jedoch einen Unterschied machen. Ein mächtiger Duellant zu sein, bedeutet nicht automatisch, dass man an der Spitze der Macht steht, da dieser Titel höchstwahrscheinlich auf seine Schwertkunst und seine Fähigkeit, Duelle mit dem Schwert zu gewinnen anspielte und nicht unbedingt auf Magie basierte Duelle. Trotzdem war Godric auch in der Kampfmagie versiert. Godric war nicht nur ein beeindruckender Schwertkämpfer und Duellant, sondern auch ein Meister der Zauberei und der ursprüngliche Besitzer des sprechenden Hutes. Er war ein großer Mann und ein starker Befürworter der Akzeptanz der Muggelgeborenen. Sein großes Herz ist zweifelsohne einer der wichtigsten Faktoren in dieser Geschichte, insbesondere angesichts der Bedeutung, die die Harry Potter Geschichte der Liebe und der Macht der Liebe bemisst. Und auf der Nummer 1 haben wir Salazar Slytherin. Zu guter Letzt haben wir Salazar Slytherin, den Vater von Slytherin und Voldemorts Vorfahren. Slytherin war ein reinwürdiger Zauberer, der irgendwann vor 1976 vor Christus geboren wurde und er war berüchtigt dafür, dass er gegenüber Muggeln und Muggelstämmigen Schülern am wenigsten tolerant war. Sein Vermächtnis strahlt sich nicht gerade positiv aus und er verließ sogar die Schule, weil er nicht mit den Ansichten der anderen Gründern einverstanden war. Er wollte ausschließlich reinblütige Schüler an der Schule haben und vermittelte diese Philosophie an seine Schützlinge. Als er feststellte, dass die Dinge nicht nach seinen Vorstellungen liefen, errichtete er die Kammer des Schreckens, eine geheime Kammer, die einen mächtigen Basilisken beherbergte, um die Schule von Muggelgeborenen zu befreien. Das Beeindruckendste dabei war jedoch, dass er den Basilisken selbst erschaffen hatte. Mit Basilisken ist nicht zu spaßen. Sie gehören zu den mächtigsten Kreaturen in der Zaubererwelt. Daher ist es beeindruckend, dass er in der Lage war, einen Basilisken zu erschaffen und ihn direkt vor den Augen der anderen Gründer zu verbergen. Aber was haltet ihr davon? Wie lautet eure Reihenfolge? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.